Hey, Alter, was geht? Ich bin mal begonnen zu einem Video mit... Alter! Was geht? Wir sind einfach hier drunter gesunken. Au, au, au! Aber Alter, nicht knallenbrechen, nicht knallenbrechen. Pass auf, Bro! Let's go! Ich fliege wieder hoch, Bro! Du bist so weit geflogen, Alter. Denn, Leute, wie es richtig... Was geht doch? F drücken. Hier steht, glaube ich, Knochen oder so. Dann verlieren wir die Knochen. Okay, warte, das hat nicht funktioniert. Und zack! Jetzt falle ich hier runter, Leute, weil ich gar keine Knochen mehr habe. Da kann ich mir nichts brechen. Let's go, Bro! Ich habe einen Greifhaken. Guck, wie cool der ist, Bro! Wir haben hier richtig viele Sachen, Leute. Auch Speedtränke, Geschwindigkeitstränke und alles. So einen Greifhaken, Leute, den kann ich hier hinwerfen. So, und dann kann ich mich hier wieder hochziehen. So, dann bin ich. Wir können auf jeden Fall heute sehr viele verschiedene Sachen machen. Oh, guck mal, guck mal, ich mach mich größer. Ich mach mich gleich größer gemacht. Warte, es gibt noch... Ja, Jump Potion gibt es. Hier, jetzt werde ich auch größer. Ich trinke den Trank, ich trinke den Trank. So, dann wachsen wir sogar. Let's go. Ich fliege gerade durch die Gegend. Was habe ich jetzt gemacht? Weiß nicht. Ich glaube, es gibt auch die Taste R. Dann kann man schweben, Leute. Aber wir haben auf jeden Fall... Ich drücke mal R. Dann sind wir in Slow-Mo, weil wir haben keine Knochenente. Ich fliege durch die Gegend gerade. Was passiert hier? Bro, ich habe mich in der Kanone weggeschossen. Das ist so cool. Ich fliege gerade noch richtig langsam durch die Welt. Und jetzt, Leute... Wow, ich fliege jetzt richtig langsam durch die Luft, Mann. Fertig, eine Puppe. Jetzt werde ich wieder hier zu Dings. Zack, zack, zack. Ohne Knochen. Boom, 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 boom. Und fahre runter. Wow. Also, ich fliege gerade runter. Ich fliege gerade runter von ganz weit oben, Bro. Wo bist du? Bei der Treppe noch am Anfang. Bro, ich fliege gerade runter. Das dauert 10 Stunden, bis ich bin. Das ist nicht so nice. Weißt du, Ente, ich trinke schon mal den Speedtrunk, damit ich hier mal schneller werde. Man kann sogar ein Fallschirm aktivieren. Man kann ein Fallschirm aktivieren, Bro. Was ist die Taste, Ente? Auf E. Auf E. Let's go. Warte, dann muss ich einmal hochspringen, Leute. Hier, ich muss einmal den Jumptrunk trinken. Fallschirmspringen, komm schon. Wo funktioniert das? Der geht nicht auf. Oh, ich bin aufgeklatscht auf dem Boden. Ente, wo war das mit dem Fallschirm? Hier? Hier, guck mal. Schließ dich hoch. Let's go. Wow. Und dann... Dann mach dich zur Pumpe, Bro. Dann mach dich zur Pumpe. Ich krieg gar nicht. Ich kann keinen Fallschirm aktivieren. Fallschirm. Au, bro. Ich kann mir die abholen und drücken. Ich kann nicht mitnehmen. Ich spring nochmal hoch. Komm mit, Bro. Lass mich los. Lass mich los. Ja. Let's go. Und Fallschirm springen. Ey, schon wieder kommt mein Fallschirm nicht. Komm bei dir deinen Fallschirm. Ja, du musst die schwere Losigkeit voraktivieren und dich dann hochschießen lassen, Bro. Dann muss ich hier nochmal probieren. Schweben muss ich hier gleich aktivieren bestimmt. Stimm zu schweben. Genau. Dann lässt du dich fallen, Bro. Damit schwebe ich ganz weit weg, Leute. Ah, ich fliege aus. Nach hinter mir raus. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Ähm, Ente, guck mal. Hier vorne ist das hier in den Mixer. Ja, ich glaube schon, Bro. Ente, man kann hier ganz nach oben gehen. Man kann sich aus der Spitze teleportieren. Nein. Warte mal, ich bin in den Mixer rein. Let's go, Bro. Und, wow. Was passiert hier? Hilfe. Oh, wie kann man hier wieder raus, Ente? Das ist so krass. Bro, warte, ich aktiviere jetzt schwimmen. Und dann wirst du doch gleich hier rausfliegen, oder? Aber ich aktiviere auch schwimmen. Einmal auch schwimmen aktivieren. So, und jetzt schwebe ich. Ja. Ey, das ist so krass. Das kann man hier alles machen ohne Knochen. Das ist viel zu heftig. Ja, mega viel Zeug, Bro. Das ist so krass. Lass mich mal schnell an, aber ich telekomme keinen. Ah, ich bin weggeflogen rein. Wie hast du das gemacht? Ich habe gar nichts gemacht, Ente. Ich habe gar nichts gemacht. Oh, wie? Ich kann irgendwas abholen. Was ist hier denn? Ablegen? Was kann man denn hier machen, Ente? Guck mal. Was ist das? Warte mal. Hä? Ich zeige das jetzt. Ich kann irgendwas werfen, Ente. Warte mal, warte mal, Ente. Wurf. Und dann kann ich hier, zack. Das verstehe ich nicht. Abholen, Ente. Guck mal, ich kann mich durch die Gegenschleude an. Wisst ihr? Wie? Ein dicker Maustaste. Keine Ahnung. Guck mal. Wow. Aber hier mit der 2. Wenn man die 2 drückt, dann kann man sich schubsen. Ja, das war ich gerade. Ich fliege gerade durch die Gegend. Das ist auch lustig. Also, lass mal versuchen, diesen weißen Turm hier hochzugehen. Diese Treppe. Oh, ja. Lass da hochgehen. Durchgehen nach oben geht. Was ist da oben? Guck mal, da unten ist auch noch so ein Schredder oder so. Oh, da will ich auch nicht rein. Wo bist du? Wo bist du? Jetzt geht die große weiße Treppe hoch. Oh, ich komme mit, Bro. Warte. Wie ist es hier so ein Kreis dreht? Ganz schief hochgeht. Wie kann man denn hier hoch? Vielleicht mit dem Grappling hochschneller. Warte mal. Ich buche mich einfach mit der 2 hoch. Mit der 2 geht es. Ich bin am schnellsten, Bro. Ah, mit dem Grappling hoch. Ich bin schon oben. Nein, Bro. Ich bin schon lange oben. Guck mal. Nein, kann nicht sein. Nein, nimm eins. Du bist echt schon oben. Halt auch mit der 2. Warte mal, mit der 2 geht das echt schnell. Okay, wir könnten eins wieder die Treppen runterfallen oder hier auf langweilig runterspringen. Oh nein. So. Harte. Ich buche mich wieder oben mit der 2 hochschneller. Oh, diesen Spieler will mich hier schon auch runterschubsen. Ich schubs aber ihn runter. Komm her. Zack. Boom. Ich habe ihn runtergeschubst. Ich muss mich gerade wieder hoch, Bro. Ich komme zu dir zurück, Mann. Ich habe keine Knochen und bin deswegen federleicht. Ich lasse mich jetzt hier die Treppen runterfallen. Let's go. Boom, 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 boom. Oh, Leute. Wie krass das denn? Jetzt können wir wieder Schwimmen aktivieren. Jetzt fliegen wir wieder langsamer. Oh, guck mal, der andere Schredder, Bro. Der andere Schredder sieht krass aus. Kommt doch mal hin. Ich komme, ich komme, Enze. Ich bin gleich da. So, da bin ich. Nicht reinfallen. Schwimmen ausmachen. Schwimmen ausmachen. Boah, ich bin fast reingeflogen. Lass mal den Schredder reingehen, Bro. Komm, ich nehme dich mit, Bro. Enze, ich will nicht. Wirklich. Doch, bitte, Bro. Lass da zusammen reingehen. Das muss nicht sein, Enze. Ey, ich kann dich gar nicht packen. Warum? Das kann doch ich, Enze. Ich zeig dir, wie. Warte mal kurz stehen, Bro. So. Ja. So, jetzt nehme ich dich mit. Ah, wie? Was machst du? Einfach guck mal. Hey, ich wollte dich reinschubsen. Oh, warte. Ich kann doch dir reinschubsen, oder? Ah, ich bin immer angefallen. Du, du musst nicht wieder teleportieren. Let's go. Das ist in die Kanone rein. Zur Spitze teleportieren. Oh, man kann sich einfach teleportieren. Au, 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 au. Das ist so krass. Wir können wirklich alles überleben. Das ist komplett heftig. Ja, lass mal hier rumschwingen. Guck mal, das macht ja dann auch mit dem Grappling-Hook. Das ist einfach Spider-Man. Let's go. Komm hoch, Alfa. Wir versuchen es mal zu treffen. Zack. Getroffen. Letzt ein bisschen. Oh, doch. Wow, ich schwiebe mich jetzt gerade rum. Ich sehe, wie cool ist das denn? Ja, ich kann auch. Und jetzt noch Zeitlupe machen. Dann schwimmen wir richtig krass. Guck mal. Wow. Einige Zeitlupe, Bro. Das ist heftig. Ich drehe mich im Kreis ein. Aua. Da freut sich immer beim Schocken am meisten Angst. Wenn man sich im Kreis dreht. Aua. Okay, das ist echt zu langsam. Und jetzt lass ins Schwimmbad gehen. Was können wir denn im Schwimmbad machen? Mal gucken gehen. Guck mal hier hoch. Wir springen vom 10 Meter zu haben. Äh, Ente. 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 Bro, sprech doch einfach. Trau dich, Bro. Trau dich. Au, au, au. Au. Meine Knauchen sind aus. Aua. Das ist so krass. Wir können uns nicht verletzen. Wir wollen. Du schläfst gerade über das Wasser, Bro. Wir kriegen keinen Schaden. Oh, du hast so ein Heißluftballon. Ente. Guck mal. Wow. Das ist so dick. Das sieht cool aus. So, ich bin da. Was kann man hier machen? Können wir schon nicht drauf gehen und zeigen? So, jetzt habe ich irgendeinen Spieler mitgenommen. Ähm. Na gut. Und wir fliegen gemeinsam hoch gerade. Nein. Ich bin Weltkorn, Bro. Ente, los, komm schnell. Ich flieg gerade hoch. Warte, ich springe mit zwei hoch. Let's go. Komm schon, klappt das. Wie komme ich aber wieder runter? Wie komme ich wieder runter? Wie komme ich runter, Ente? Schnell, komm rein. Ich bin da, Bro. Ah, ich komme nicht rein. Ich schaffe es nicht rein. Zu dir, bitte. Ente, ich fliege immer weiter hoch. Ich brauche Hilfe, bitte. Komm schon. Okay, ich glaube, ich lande wieder. Ich glaube, ich lande wieder. Okay, Grapply, guck auf den Ballon. Ich bin auf der Ballon drauf, Alpha. Okay, so krass ist es, glaube ich, echt nicht. Ich hab dich, ich hab dich, Bro. Hab ich dich oder du mich? Ich glaube, du hast mich, oder? Lass mich los, Alia. Ich hab dich. Nein, lass mich los, lass mich los, Bro. Komm mit, Bro. Wir gehen jetzt da hoch, Ente, ob du willst oder nicht. Nein, bitte, bitte. Wir gehen ganz nach oben, Ente. So, Bro. Wir sind jetzt gelandet. Hilfe. Nein, ich fall runter. Das wollte ich nicht, Ente. Ich glaube, das ist hier der höchste Turm, den es gibt. Das sieht aus wie Siren Hands. Ja, ein bisschen sieht das so aus, Bro. Wir müssen mal versuchen, ganz da rum auf die Spitze zu kommen. Wie kann man das schaffen? Probier gerade. Bitte zwei, denn ich bin da safe, oder? Oder bitte Nummer zwei, wenn ich Gravitation ausfahre? Ja, ich fliege gerade auch hoch. Oh, ich bin ganz auf der Spitze. Muss ich nur noch da drauf landen. Oha, das ist richtig hoch. Puppe deaktivieren und zack. Bin oben. Nein, ich bin nicht ganz oben. Ich schaff's nicht. Oh, das ist der höchste Punkt hier auf der ganzen Map. Da vorne ist doch so eine Kanone. Da will ich auch noch hin. Ich grapple mich gerade hoch, Bro. Ich grapple mich gerade hoch. Aber es braucht doch Quads. Dann muss ich hochfliegen. Mit der Zwei. Jetzt haben wir noch, Leute. Wir haben einen Grappling-Hook. Noch ein Speed-Potion. Man kann sich auch klein machen. Warte mal, ich mache mich mal ganz klein. Was? Man kann sich klein machen, ne? Ja. Ich gewinne gerade nur ein Größer dazu, Bro. Ich würde auch eigentlich nur größer. Ich wäre gar nicht kleiner. Hey, es geht gar nicht. Hä? Hier gibt es sogar ein Gefängnis, Bro. Okay, ich springe jetzt runter. Ich mache meine Knochen kaputt. Und zack. Oh, 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 oh. Ich traue dich. Au, 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 au. Es ist wie Knochen brechen, aber ohne Knochen brechen. Hier unten können wir sogar schaukeln, Bro. Guck mal. Schau mal. Hier. Warte, ich komme, Mensch. Ich komme. Ich schaukele gerade einfach. Ich schaukele gerade. Wo sind hier die Schaukeln? Da vorne. Komm, Mensch. Bringt das Schaukeln irgendwas? Nicht wirklich. Äh, jetzt schaffst du eine Runde. Ich kann nicht mehr schaukeln. Ah, ich. Schwung mit Kipp beim Schaukeln. Was soll es auf, Bro? Wie geht das? Ich kann nicht schaukeln. Was soll das? Noch Schaukeln, Kink. Wie den Boost? Komm schon, komm schon. Das ist ja voll schwer. Bro, blommst. Mega schwer, Bro. Ach, Schaukeln ist schwer. Was kann man hier im Gefängnis machen? Guck mal. Ähm. Spöre mich nicht ein, Alter. Äh, ich war gesperrt. Bro, rein damit. Rein mit ihr Haar. Du bist gefangen. Ich bin raus. Bin wieder draußen, Bro. Bin wieder draußen. Aber endlich habe ich noch die Kampfarena gesehen. Ich will, dass die jetzt kämpfen. Wie können wir kämpfen, Bro? Das ist, äh, das ist wie WWE. Wir können ja so die Tische und alles nehmen. Komm her, Ente. Trau dich. Jetzt stehen wir so Tischbein. Eins gegen eins, Ente. Komm her. Komm her. Nimm das, Bro. Komm her. Ja. Wie, wie? Guck mal, nochmal. Eins, null. Oh, zack. Aua. Oh, Alter. Du hast was in den Schredder reingehauen. Pass auf, Bro. Ja, passiert, Bro. Ich bin besser als du, halt. Nein, Ente. Lüg nicht. Jetzt habe ich den Schläger. Ey. 2 zu 1. 2 zu 1. Gib mir den Stuhl, Ente. Ich mache dich platt. Komm her. Komm her. Ey. 3 zu 1. 3 zu 1, Bro. Das ist mein Spiel. Ja. Verschwinde jetzt. Geh raus von dir. Geh raus von dir. Au. Lass du da das Spiel dann platt machen hier. Au. Das war der Riese. Wow. Ich bin jetzt nicht. Au. Das ist so lustig. Ohne Knachen. Wir fliegen hier die ganze Zeit rum. Ja, das ist Vegakure. Hier hinten ist auch noch eine Kanone. Was haben wir noch nicht gemacht, glaube ich. Wo schießt die uns hin? Wow. Einfach nur richtig weit nach vorne. Und. Au. 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 Oh. Es geht. Oha. Und nochmal. Oha. Ich will es einmal runterschiffen. Komm schon. Oha. Ich fall von der Treppe runter. Hier sieht das viel lustiger aus. Warte. Ich nehme mal hier den größten Trank. Dass man größer wird. Lass mal die nächste Treppe hochgehen. Oha. Die sieht viel krasser aus. Oha. Wie groß bin ich geworden? Oha. Äh. Du bist auch jetzt riesig. Ich bin riesig, Bro. Oha. Das ist krass. Lass mal ganz nach oben gehen. Und dann hier wieder runterfallen. Da gibt es noch so eine Regenbogentreppe und alles. Aber hier sehen die Animationen viel lustiger aus. Let's go. Lass uns machen, Bro. 3, 2, 1. Let's go. Guck mal, wie das aussieht. Let's go. Das ist voll lustig. Das ist voll glibbelig. Als wären wir aus Gummi oder so. Echt lustig. Ja, übel. Hey. Ich bin wieder klein geworden. Das ist alles. Wieder aufstehen. Nancy, lass mal die Regenbogentreppe nach oben. Die ist schon richtig heftig. Okay, let's go. Ich folge dir. Oha, wir sind jetzt ganz oben von dem Regenbogenturm. Das ist was der höchste Turm, den es hier gibt, Nancy. Das ist was der allerhöchste Turm, Nancy. Warte mal. Ich lasse mich runterrollen. Let's go. Ich habe dich runtergeschubst. Man kann hier nämlich noch so Granaten werfen und so. Bro, ich falle runter. Die ganze Treppe. Warte, hier sind noch andere Spieler. Warte, ich will auch runter. Ich kann nicht mehr aufstehen. Bitte Hilfe. Wow, ich bin die komplette Treppe runtergefallen. Man kann das sogar... Ah, ich wollte geschubst. Man kann sogar Ego-Perspektive aktivieren. Dann sieht man alles von vorne. Das ist eine Spielerin, die will mich schubsen. Die kann man auf Spieler werfen. Also, ich will die Spielerin schubsen, weil die wollte mich schubsen. Komm. Aber funktioniert nicht. Ich komme jetzt auch runter mit der Granate. Let's go. Ich komme jetzt hinter. Ich bin bereit. Bist du schon unten? Ah. Nein, nicht rausfliegen, bitte. Nein. Nein. Ich wollte doch die Treppe runter. Oh Manni. War die Treppe spannend, Bro? Ja, die Treppe war spannend, Bro. Warte, dann will ich nur ein bisschen von hier rum, damit ich wenigstens noch das sehen kann. Warte, warte, warte. Leute, jetzt machen wir auch. Und Puppe. Ja. Boah, der geht jetzt echt schnell. Krass. Was haben wir noch? Was ist das? Guck mal, das ist so ein Riesengebäude. Wie soll man denn da hochkommen? Nein. Warte, wo ist denn da hoch? Man muss nicht alle Treppen laufen, oder? Ja, ich glaube schon, Bro. Und Bro. Was haben wir noch? Guck mal, hier ist so ein Minenfeld oder so. Wow. Hier laufen den ganzen Tag die anderen Spieler rum. Oha, wie mache ich die Ego-Perspektive aus, Bro? Mit Seehände. Oha, 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 Leute, wie sieht das aus, wie das aus? Wo bin ich? Oha, das ist richtig krass. Das schäupt sich alles mit sich auf. Oha, ich bin die ganze Zeit durch die Luft gespringt. Was passiert hier? Oha, das ist zu krass ohne Knochen. Ich sag ehrlich. Oha, Leute, jetzt noch einmal richtig von hier ganz oben. Oha, oha, let's go. Ich hoffe, ich fall hier nicht noch mal raus. Au, 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 au. Wenn man schon keine Knochen hat, Leute, dann muss man das hier machen. Au, 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 au. Hör sich mal gleich an. Bin unten. Was sagst du? Lasst ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren. Wenn ihr keine weiteren Videos von Roblox verfassen wollt, von anderen abenteuern, schreibt ein paar Beine. Ich würde euch sagen, tschüss. Ciao.